Hey, ich bin Basti von Geek.Punkt und heute wieder Der Peil ist geil. Ich zeig dir meine Brettspiel-Tops und Flops. Und erst mal möchte ich was ganz Wichtiges sagen. Ich hab das mitbekommen, dass die Leute immer von mir erwarten, dass ich so tiefgründige Regelerklärungen mache. Und wenn ich dann bei den Regeln, die ich euch zeige, irgendwelche Fehler drin hab, dann heißt es immer, der Spiel ja gar nicht richtig gespielt. Leute, ich werd mich bei den Regeln kürzer fassen. Das soll hier keine Regelerklärung sein. Ich will euch ein bisschen Spielabläufe zeigen, damit ihr euch die Games vorstellen könnt. Nur weil ich mich wieder an Regeln nicht erinnern kann, heißt ja nicht, dass ich die Regeln nicht drauf hab von den Spielen. Es heißt nur, ich bin ein ganz schlechter Regelerklärer. Bitte können wir uns da drauf einigen, weil es waren echt selten dumme Kommentare in den letzten Wochen und die brauchen wir ja nicht. Schaut da bei anderen Kanälen rein, wenn ihr Regelerklärungen sucht. Ich hab euch heute ein Spiel mitgebracht. Das machen wir ganz einfach. Ich hab Seven Wonders Duell um Mittelerde mitgebracht. Also, Herr der Ringe, Duell um Mittelerde, freundlicherweise von Esmodee zur Verfügung gestellt. Und für alle, die da eine Einschätzung von mir erwarten, es geht relativ einfach. So, können wir eigentlich schon beenden. Ich drück noch mal. Top. Soll ich eigentlich noch was dazu sagen? Also, ich sag's euch ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich eines der besten Spiele, was ich dieses Jahr spielen konnte und hat richtig Freude gemacht. Achtung, ich werd jetzt nur den Hype schüren. Mir gefällt irgendwie alles an dem Spiel. Alles, was sie verändert haben, gefällt mir besser jetzt als beim normalen Seven Wonders Duell. Und ich zeig's euch einfach mal. Also, hier haben wir das schöne Stück. Und das Erste, was mir auf jeden Fall besser gefällt, ist das Cover. Danke, Vincent Dutré. Okay, cooles Cover. Punkt. Einfach cooles Cover. Endlich mal wieder eine geile Optik. Seven Wonders sieht relativ eingestaubt aus. Hier das Ganze jetzt geil aufgefrischt. Natürlich haben wir Antoine Boussard, Bruno Catalla. Das ist natürlich das Mega-Duo. Also, Artwork schon mal ganz geil. Dann muss ich sagen, Esmodee hat hier ein paar Sachen wirklich sehr schön gemacht. Und zwar, was mir hier wirklich sehr gefällt, ist, dass das ein Papier-Insert ist. Seht ihr das? Das ist sehr cool gemacht. Sie haben die Karten vergrößert. Auch das ist schon mal geil. Denn im normalen Seven Wonders Duell sind die ein bisschen zu klein. Und dann haben wir hier wirklich geiles Artwork. Ich zeig euch mal ein paar Sachen hier in groß. Also, hier mal so ein kleines bisschen. Schauen wir mal, ob der Fokus es hinbekommt. Noch will er nicht so recht. Na doch, hier Gollum. Und so. Wirklich sehr cooles Artwork. Ich find geil, dass es nicht das Artwork aus den Filmen ist, sondern aus den Büchern. Also, hier sehr, 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 sehr cooles Artwork. Ich erklär jetzt nicht, wie Seven Wonders Duell funktioniert. Der Kernmechanismus ist gleich geblieben. Ich zeig euch aber ein paar Unterschiede. Wir haben immer noch dieses Drafting, was wir kennen von Seven Wonders. Wir spielen drei Zeitalter. In dem Falle jetzt drei Kapitel, wo die Karten dann auch immer stärker werden. Das heißt, wir fangen hier mit dem ersten Kapitel an. Wir können Geld bekommen. Wir können hier solchen Einfluss uns holen bei der Bevölkerung. Das ist neu. Die blauen Karten sind jetzt keine Siegpunkte mehr, sondern die sind jetzt hier so Ringe auf einer Leiste, zeig ich euch. Dann haben wir keine Ressourcen, sondern die halt hier auch Macht, Liebe, Tralala, was wir als Ressourcen nutzen. Und die Kampfkarten sind auch neu, denn der Kampf ist jetzt Area Control. Wir haben neu diese Ortsplättchen, mit denen wir uns auf den Area Control Gebiet von Mittelerde noch ein kleines bisschen ausbreiten können, stärker machen können. Die sind gerade im Endgame dann super interessant, können ein Spiel durchaus verändern. Was wir auch neu dabei haben, ist dieser Spielplan. Damit haben wir auch eine neue Spiel-Sieg-Konstellation. Denn wenn wir in all diesen Gebieten sind, entweder mit Truppen oder mit Türmen, haben wir das Spiel sofort gewonnen. Das heißt, es gibt jetzt hier endlich Area Control. Die Kämpfe werden ein kleines bisschen taktischer. Man kann auch Truppen bewegen. Das Ganze trotzdem immer noch sehr einfach zu spielen, mit einfachen Regeln. Was auch neu ist, ist diese Leiste hier. Die ist sehr cool, denn wir spielen eigentlich so ein kleines bisschen asymmetrisch, was aber eigentlich nicht stimmt. Der eine spielt halt quasi die Gefährten, die versuchen hier rüber zu kommen und den Ring in den Berg zu werfen, während natürlich die anderen mit den Ringgeistern hinterherlaufen. Und das ist ganz geschickt gemacht. Ich zoome mal so ein kleines bisschen ran. Ihr habt quasi diese Leiste. Und ihr habt gewonnen, wenn die Gefährten hier ankommen auf dieser Leiste. Das ist natürlich total cool. Gleichzeitig werdet ihr aber verfolgt. Das ist euer Gegenspieler. Der ist hier und der rutscht hier rüber. Und wenn er es schafft, bis zu euch aufzuschließen, dann hat er gewonnen. Letztendlich ist das dasselbe Racing, aber es ist ja auf zwei Ebenen gebaut. Und das ist sehr cool. Gleichzeitig haben wir hier Sofort-Effekte. Also wir kriegen zum Beispiel Geld, wir können Truppen setzen, wir könnten einen weiteren Zug machen, was ultramächtig ist. Einen zweiten Zug machen finde ich richtig stark. Mächtig ist auch genau das nächste Thema. Es gibt jetzt diese Gilden-Wappen, nenne ich sie mal. Und zwar, sobald du zwei gleiche grüne Symbole hast oder drei verschiedene, darfst du dir immer zwei davon angucken. Und hier sind Effekte drauf. Zum Beispiel nochmal ein neues Gilden-Symbol. Wenn du alle sechs Gilden hast, oder in dem Fall sogar mit dem siebten, hast du natürlich auch Instant gewonnen. Das kommt uns auch sehr bekannt vor. Und diese Wappen sind viel, 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 viel stärker als bei Seven Wonders oder Seven Wonders Duel. Das heißt, auf die grünen Karten muss man auch viel mehr aufpassen. Auf die roten Karten muss man viel mehr aufpassen, weil man hier ziemlich schnell gejagt wird. Äh, auf die blauen Karten. Auf die roten musst du aufpassen, weil hier oben Kampf ist. Das Spiel ist deutlich abwechslungsreicher, wenn es um die Kämpfe und das Ganze geht. Und hinzu kommt ein richtig schönes Spielmaterial. Das haben wir hier nämlich noch drunter. Und zwar hat jeder Spieler hier noch diese coolen, bedruckten Miepel. Und zwar zwei, an der Zahl, zwei verschiedene Arten. Und zwar einfach so Türme. Die gelten dann als dauerhaft besetzte Regionen und halt hier Truppen. Bei den Truppen haben sie es auch ganz geschickt gemacht. Die Kämpfe sind ganz easy. Gehst du mit zwei Truppen in eine Region, wo eine Truppe steht, dann stirbt bei jedem eine Truppe und eine bleibt halt noch stehen. Also das heißt, jede Truppe schlägt die andere. Das ist super easy zu verstehen. Auch verbessert ist der Mechanismus, wenn man Karten verkauft. In der ersten Runde gibt es eine Münze, in der zweiten, zwei, in der dritten, drei. Viel einfacher. Dann das Thema Ressourcen, die ich nicht habe. Also ich möchte hier eine Karte machen, mir fehlen Ressourcen. Für jede fehlende Ressource zahle ich einfach eine Münze. Einfach eine Münze. Scheißegal. Egal wie viele Karten, gelbe Karten, tralala ich habe. Das ist alles viel einfacher runtergedampft und macht alles auch viel mehr Sinn, weil es bei Seven Wonders durchaus sehr kompliziert und kleinteilig manchmal ist. Oder Seven Wonders Duel, muss ich ja dazu sagen. Und das ist hier alles viel, viel, viel einfacher. Das Thema funktioniert perfekt. Ich bin gar nicht so sehr der Herr der Ringe Fan, aber das Thema kommt ultra durch. Das Artwork funktioniert und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Dauerbrenner bei mir aktuell auf dem Tisch. Also Seven Wonders Duel ist ja bereits das meistgespielte Spiel, das ich kenne bei mir. Aber ich habe das Gefühl, Duell um Mittelerde könnte dem den Rang abtreten. Das habe ich so ein bisschen im Gefühl, weil ich hier das, also ich habe das Gefühl, es ist das reifere Spiel. Also habe ich hier deutlich mehr Möglichkeiten zu gewinnen. Die Arten zu gewinnen sind viel stärker. Wir haben ja damals ein Seven Wonders Duel Turnier auch gemacht. Da wurde sehr häufig über Grün gewonnen. Hier ist es ein bisschen ausgewogener. Es wirkt alles viel, viel besser strukturierter, balanced. Man merkt, dass die Autoren hier, Bowser und Katala, halt auch nicht zum ersten Mal ein Spiel machen und einfach Seven Wonders Duel richtig aufs nächste Level gehievt haben. Also das heißt nicht, dass bei mir Seven Wonders Duel ausziehen würde. Ich mag das. Da gibt es ja auch noch die zwei Erweiterungen. Aber Duell um Mittelerde spielt sich viel frischer. Ist gerade das bessere Seven Wonders Duel, muss ich tatsächlich sagen, ist bei mir einfach nochmal ein Schippenball da vorne. Durch das schöne Artwork, durch das schönere Thema, durch die neuen Spielmechaniken, die einfach das Spiel ein bisschen reifer machen und gleichzeitig aber auch entschlankt haben. Es spielt sich genauso schnell wie sonst auch. In einer halben Stunde ist das durchgespielt. Wir haben im dritten Zeitalter im Normalfall dann immer den Showdown mit irgendeiner Art, wirst du da gewinnen. Passt der Deckel nicht ganz drauf? Das ist hier anscheinend Absicht. Also der Deckel passt nicht genau drauf. Warum auch immer. Wenn du das Ding kaufst, ist der Deckel aber noch weiter oben. Wegen den Stanzbögen. Das ist, glaube ich, das Board. Deswegen passt der Deckel nicht ganz drauf. Also mir gefällt alles daran. Ich habe nichts auszusetzen. Ich überlege jetzt gerade, ob es irgendwas zum Aussetzen gibt. Nee, ich kann euch so ein bisschen noch Spieleindruck geben. Ich spiele das mit meinem großen Sohn. Mit dem spiele ich sehr gerne solche Duellspiele. Er hat, glaube ich, bisher kein einziges Mal. Nee, er hat einmal gegen mich gewonnen. Sorry, er hat einmal gegen mich gewonnen. Ich habe sonst immer gewonnen. Das ist bei uns ein Dauerbrenner. Meinen Sohn dazu zu kriegen, der ist inzwischen Teenager, dass er mit mir ein Spiel spielt, ist eh schwierig. Das Spiel ging immer. Also wann immer ich zu ihm gesagt habe in den letzten Wochen, hey, lass uns Duell um Mittelerde spielen, hat er sofort seine Spielkonsole ausgemacht und hat gesagt, ja, das zocken wir. Da hat er Bock drauf. Und er ist auch nicht so sehr der Herr-der-Ringe-Fan. Also das heißt, das funktioniert. Für mich gehört das in jede gute Spielesammlung, ähnlich wie in Seven Wonders Duel für mich reingehört hat. Das hier führt aktuell mal wieder die Liste der besten Zwei-Personen-Spiele an. Wahrscheinlich in diesem Jahr das beste Zwei-Personen-Spiel, aber wahrscheinlich auf der All-Time-Liste der besten Zwei-Personen-Spiele mindestens Top Ten, wenn nicht Top Five. Klar ist da noch ein Star Wars Rebellion und so weiter, alles cool, so. Aber Duell um Mittelerde ist ein richtig großer Wurf. Ist aber jetzt auch keine Hidden Jam. Also das wirst du an jeder Ecke kaufen können. Was ich, glaube ich, schade finde, ist, dass wir es nicht als Board Game Arena-Version kriegen werden. Ich denke, das wird ein Lizenzthema sein. Ja, aber ansonsten ist, ich habe nichts auszusetzen. Wirklich nichts. Ich habe, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, gesagt, ich habe mit dem Artwork ein Problem inzwischen nicht mehr. Ich finde das Artwork sensationell. Ich habe ein bisschen mit der Kartengröße ein Problem, weil es schwierig ist, dafür Sleeves zu kriegen. Du brauchst so komische Sleeves von Gamejanic dafür. Ganz komische Kartengröße hätte ich mir minimal größer gewünscht. Aber als ich es dann mit Seven Wonders Duel verglichen habe, habe ich mir gedacht, nee, die Karten sind zumindest schon mal größer als Seven Wonders Duel. Ich werde mich nicht aufregen, dass sie die Karten größer gemacht haben. Also hier gefällt mir alles. Das Top habe ich schon gegeben, aber ich mache es noch ein letztes Mal. Das Ding ist einfach nur Top. Also nichts auszusetzen, kein Totalverriss bei mir. Und wir können ja mal ganz kurz aufs Gemometer gucken. Denn ich glaube, ich kann mir bei Popkultur auf jeden Fall mal einen Punkt geben. Spielen mit Buch auch, weil es auf dem Buch basiert. Aber ich glaube, Popkultur ist der bessere Wert. Da würde ich mir jetzt mal ganz kurz mal einen Punkt für geben. Boah, es wird ein bisschen schwierig, hier die Challenge dieses Jahr zu gewinnen. Gerade bei den One-Shot-Games muss ich noch ein bisschen aufholen, bei den Gebraucht-Kaufen. Aber prinzipiell, Popkultur sind wir am Start. Mich interessiert natürlich von euch, wie sieht es aus? Habt ihr Seven Wonders Duell um Mittelerde schon gespielt? Seid ihr lieber Team Seven Wonders Duel? Wollt ihr beides? Ich sag's ganz ehrlich, ich hab alles aus dem Seven Wonders Universum. Und ich hab jetzt halt auch Duell um Mittelerde. Das kommt bei mir fest in den Schrank. Das wird nie ausziehen. Das kann ich euch auch versprechen. Und ich wünschte, wir könnten es online spielen, weil ich würde super gern Turniere gegen euch spielen. Vielleicht kommt das ja. Notfalls soll es einer programmieren, einfach statt Herr der Ringe irgendeine andere Lizenz draufpacken. Ist mir doch scheiße gehabt. Also ich hab's nicht gespielt, weil es ein Herr der Ringe Spiel ist, sondern weil es einfach ein richtig gutes Zwei-Personen-Spiel ist. Mit sehr viel taktischer Tiefe, mit dem schönen Drafting, mit dem tollen Material, mit den unterschiedlichen Strategien zu gewinnen, die man im Laufe des Spiels auch ändern kann. Gar nicht mal so glückslastig. So, das gefällt mir alles. So, ich schwärme, ihr merkt. Ich liege schon auf dem Kappdeckstisch. Ich strecke die Beine von mir und lass mich hier von Sauron durchnudeln. Ja, Herr der Ringe. Also, schreibt's mir in die Kommentare. Wir machen jetzt auf Twitch weiter. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns bei den Leuten auf YouTube. Bis dann, YouTube. Tschüss. Tschüss. An dieser Stelle eine kleine Umfrage zur Penisgröße. Sollte dein bestes Stück zwischen 18 und 20 Zentimeter lang sein, dann klicke bitte hier. Ist dein bestes Stück zwischen 20 und 25 Zentimeter lang, klicke bitte hier. Und bei allem Größeren direkt ein Abo. Sollte dein Penis kleiner sein, dann schalte jetzt bitte aus.